Hallo, guten Morgen. Ich habe eine Präsentation über Feiertage gemacht. Es heißt Feiertage in Deutschland. Ich habe Ostermontag, Muttertage, Silvester und mehr gesprochen. Wir haben Neujahr oder Silvester. Es ist am 31. Dezember 2021. Feuerwerk sind wichtig. Hier ist ein Foto über Feuerwerk. Du musst Larm machen. Man kann Larm machen mit Besteck oder Gabel und Messer. Hoffentlich kannst du nicht nachher hören. Und du isst sehr, sehr gut Lärmsmittel. Es schmeckt sehr gut. Es hat Secht, Bratwurst, Sauerkraut und Silvester. Ach, ich habe Hunger und es ist nicht Abendessen. Nächst haben wir Ostermontag. Ostermontag ist am 13. April 2020. Kinder hat Eierlaufrennen. Das Eier sind sehr viele Farben. Hier ist ein Bild über Eier. Es ist blau oder gelb. Die Postmater, die Bank und andere Geschäfte sind geschlossen. Das ist gut, weil man kann schlafen. Schule ist auch geschlossen. Kinder können spielen mit Freunden und nicht Hausaufgaben machen. Das ist sehr gut. Und der Mann wird Zeit mit Familie verbringen. Du kannst nach Großmutterhause gehen. Und dann, nächst haben wir Ostermontag. I mean, Muttertage. Muttertage ist am 9. Mai. Ich sehe Blumen und du liebst Familie. Familie gehen zu Großelternhause. Kinder gibt. Die Mutter viele Blumen, Schokolade, Parfum, Karten und mehr. Und der Vater kocht Abendessen, weil die Mutter mit den Kindern gespielt hat. Freundlich ist am 3 der Uni 2021. Es ist Romisch-Katholisch. Auf Englisch bedeutet es Body of the Lord. Menschenferien, die Eucharistie. In das Bild sind Menschen gelaufen. Sie tragen Weißhemd und rote Hose. Ich habe Kinder in Weißhemd. Ja, ich sage das. Und es ist wichtig, wenn du bist Romisch-Katholisch. Nächst haben wir Oktoberfest. Oktoberfest ist um 21. September zu 6. Oktober. Oktoberfest ist kein National Feiertag. Das ist schade, weil viele Menschen lieben Oktoberfest. In 2020. Es ist abgesagt. Das ist schade, weil Covid ist hier. Social Gatherings ist nicht gut. Nicht dürfen. Oktoberfest ist berühmt in München. Oktoberfest in Stuttgart, Frankfurt, Berlin. und Hannover. Man kann Bier trinken oder Würst, Brezeln, Nudeln und Spätzle essen. Oktoberfest ist ein Monat lang. Nächst haben wir Allerheiligen. Es ist am 1. November. Du kannst mit Betten mit Familie und hier du kannst Kerzenaufgaben gesehen. Nächst haben wir Heiliger Abend. Es ist am 24. September. Es ist am Kuchenbaum. Und am 25. September. Sommi Klaus kommt. Sommi Klaus kommt. Hier ist ein Foto, wenn ich nach der Schweiz gehe. Ich habe in der Schweiz gehen letztes Winter. Ich gehe 25. Ich gehe an 1. 2020. Wenn es letztes Neujahr war ich in Deutschland. Hier ist Schwein. Sie hat Schweine laufen. Das ist sehr lustig. Aber es macht Spaß. Und hier ist ein Foto, Berge und viel Schnee. Das ist alles für meine Präsentation. Vielen Dank.